BAUKAU Jabi, ey, sag mal, wovon bist du denn weg? BAUKAU! Scheiße fressen, Staub fressen, Zement fressen, überleben, Junge, überleben! Jetzt haben wir uns ja lange nicht mehr gesehen, ne? Ja! Mit der Westfalia ist nicht so gut gerade, ne? Meine Fresse, du, die Westfalia, gibt mir sowas von auf die Eier, aber wir haben einen totalen geilen Trainer und der macht das Ding wieder gerade. Ihr seid Letzter. Ist doch scheißegal, einmal her, ne? Immer her, ne? Eine Westfalia gibt's nur. Aber woran liegt das, dass ihr gerade wirklich so bitter Letzter seid? Ja, wir haben halt zu viele Verletzte und die Mannschaft, die rauft sich jetzt gerade zusammen, ist auf dem besten Weg, aber das Quäntchen Glück wählt halt. Das ist manchmal im Fußball so. Dann will der Rheine nicht und dann hast du hunderttausend Chancen, das Ding da rein zu machen und du machst das Ding nicht rein. Das ist immer wieder so. Da hast du die Kacke am Fuß. Aber du gehst trotzdem noch. Also Baukauer-Jungen, nicht nach Westfalia zu gehen, das ist ne Höchstrafe. Das ist meine Familie. Ich bin da aufgenommen worden, vor zehn Jahren. So, und die Leute lieben mich einfach. Ja, und ich mein, mit dem Pott-Originale mach ich ja im Prinzip auch alles richtig. Ja, ich mach ja Werbung für die Westfalia. Und da gibt's ein bisschen nur Typen, die gerade aus sind, die genau sagen, pass mal auf, ey, deine Fresse passt mir nicht. Dann kriegen sie einen auf die Zähne und zehn Minuten später saufen sie Bier mit den Hand. Das ist Pott. Was macht denn sonst für dich den Pott so besonders?